Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Die Kerze braucht Aktivierung. An Vorkenntnissen solltest du dich bereits mit Verbrennung und Brennbarkeit gut auskennen. Ziel des Videos ist es, dass du die Begriffe Aktivierung und Aktivierungsenergie bei einer chemischen Reaktion verstehst. Kerzen, vor allem brennende, hat jeder von euch schon einmal gesehen. Auch wir wollen heute eine Kerze untersuchen. Ich möchte nun einmal versuchen, diese Kerze mit einem Glimmspan zu entzünden. Den Glimmspan verschaffe ich mir mit Hilfe einer zweiten Kerze, die bereits brennt. Am Spahn sieht man in der Dunkelheit sehr schön die Glut. So sehr ich mich auch bemühe, die... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten zu machen, um die Zensuren zu machen, um die Zensuren zu machen, um die Zensuren zu machen.